Ich bin auch hier über den Heißen, das liegt vorhin, eine Kuga, der gerade vom Ostlob, die sich jetzt auch mal im Sand versucheln wird. Die Heißen wird auf die Treppe genommen. 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 Besser als letztes Jahr, oder? Das ist ja schön, oder? Los hier, nicht müde werden. Weiter geht's. Ciao Heiko. Sauber vorne. Hier sind wir noch angenehm, hier sind wir ein bisschen flüssig, wach? Wir brauchen sie nicht mehr. Wir brauchen sie nicht mehr, wir brauchen sie nicht mehr, wir brauchen sie nicht mehr. Wir brauchen sie nicht mehr, wir brauchen sie nicht mehr. Eine weiße Unterhose! Die war fein! Woher? Eigentlich. Hallo! Hallo! Ich war das nicht mehr rot! Das war die Zeit, und wir haben das rechte. Boah! Hey, Juni! Meine Mama ist weg. Wir haben noch eine Fehlstunde. Bring Ruth, bring! Und zack! Reda, Reda, Abgruppe, Abgruppe, Lisa, Lena, es lief alles. Besser als letztes Jahr, oder? Besser als letztes Jahr. Das ist der letzte Bär. Und unsere Schlingerinnen, die wohnen hier. Achso, und wo wohnen die denn? Die wohnen in dem Ort am Arsch der Welt. Die wohnen in dem Ort am Arsch der Welt. Die wohnen in dem Ort am Arsch der Welt. Die wohnen in dem Ort am Arsch der Welt. Die wohnen in dem Ort am Arsch der Welt. Die wohnen in dem Ort am Arsch der Welt. Die wohnen in dem Ort am Arsch der Welt. Die wohnen in dem Ort am Arsch der Welt. Die wohnen in dem Ort am Arsch der Welt. Die wohnen in dem Ort am Arsch der Welt.